Die Herausforderungen waren von Olivone bis Lago Luzone, die engen Kehren und die schlechten Wetter mit dem Steinschlag. Wir sind froh, haben das richtige Fahrzeug ausgewählt mit dem Chauffeur Markus Fischer. Es lief alles reibungslos. Wir sind froh, haben das richtige Fahrzeug ausgewählt. Wir sind froh, haben das richtige Fahrzeug ausgewählt. Ja, bo ja! Das ist die Arbeit für die Aufmerksamkeit ist, die Aufmerksamkeit ist, die Aufmerksamkeit Der verwendete Greifer ist ein mechanischer Zweischalengreifer von Negrini. Er wurde eigentlich für die Arbeitstiefe von 200 Metern optimiert. Der verwendete Greifer ist ein mechanischer Zweischalengreifer von Negrini. Der verwendete Greifer ist ein mechanischer Zweischalengreifer. Es ist schön, mit einer Maschine zu arbeiten. Sie ist süß. Tant man hat eine Maschine, dann geht es gut. Vielen Dank.